... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich höre sie, das ist der Anstecker, der steckt jetzt an der Kamera vorne drauf. Die Stadt Reichenhall oder der Landkreis Berchtesgadener Land, sondern unser ganzes Land ist erschüttert. Zu Beginn dieses Jahres ein solch tragisches Unglück miterleben zu müssen. Wer mit den Angehörigen gesprochen hat, der fühlt natürlich das unglaubliche Leid, dass hier über viele Familien gekommen sind, die signalisieren können und dass wir daran weiterarbeiten können. Immer noch besteht, den einen oder anderen lebend zu bergen. Und das ganze Land steht natürlich auch in großer Anteilnahme. Nicht nur zur Stadt und zum Landkreis, sondern auch zu den betroffenen Menschen. So zu bringen sie im Laufen natürlich selbstverständlich weiter.